Hallo, Sie, Herr Nachbar, Sie, Sie glauben vielleicht, ich bin da ein bisschen Dienstag, ne? Aber Sie können nämlich den Rasen gar nicht verlassen haben, wenn Sie ihn nicht betreten haben, 5 Mark. Ich darf Ihnen versichern, dass ich keine 5 Mark bezahlen werde. Oh, Sie werden, Sie werden sogar noch mehr bezahlen, weil nämlich hier das Parken verboten ist. Hier, hier, bitte, da, schauen Sie mal, schauen Sie mal, was sagen Sie jetzt? Wetten, dass ich auch dafür nichts bezahle? Was wollen Sie? Wetten wollen Sie? Herr, Herr Wachmeister, wollen Sie immer noch wetten? Ja, warum nicht? Sagen wir um 10 Mark. 10? 10 Mark, einverstanden. Das wird Sie noch viel mehr kosten. Nein, Sie brauchen Sie keine Mühe zu machen. Keine Amtshandlungsbeeinflussung. Sie werden zahlen. Sie werden lachen. Der Wagen gehört mir überhaupt nicht. Was? Und da lasst du nicht schreiben, wo je so schwer schreit? Sie wegschmeißen. Das kostet vielleicht auch Geld. Tschüss. Halt, Geld, Geld. Halt, ich kriege ja noch 5 Mark von Ihnen. Im Gegenteil, ich kriege ja noch Geld von Ihnen. Bitte wie? 10 Mark für die Wette. Ja. Ziehen Sie 5 Mark ab fürs Rasen betreten, dann hat Sie immer noch 5 Mark für mich. Na hier, bitte, behalten Sie die. Und bringen Sie die zur Bank. Und lassen Sie die 5, 2000 Jahre stehen. Dann haben Sie nach 2000 Jahren 555.555 Thema. 555, 555, oei.